Moin liebe Ilos, wir sind hier heute in Arpen beim Möbel Eilers und ich stehe hier gerade im absoluten Blumenhimmel würde ich sagen. Hier in der Boutique, hier gibt es super schöne Dekorationen und generell neben toller Einrichtung haben die auch gerade Gartenmöbel ganz neu rausgeholt, da freut man sich ja schon richtig auf den Sommer und ja, wir wollen euch heute mal zeigen, was hier so los ist. Ich stehe hier gerade mit dem lieben Rainer, danke, dass du Zeit für uns hast. Ja, du bist hier in der Küchenwelt zuständig? Genau, ich bin der Pfeilungsleiter hier bei Möbel Eilers in der Küchenwelt, bin dafür zuständig, dass die Ausstellung passt, dass schöne Küchen geplant werden, dass Gespräche mit den Vertretern gemacht werden und fürs Design, für schicke Sachen, da gucken wir halt eben, dass wir da was tolles finden für den Kuchen dann auch. Ja, total schön. Ja und dieses gute Stück kann ja ganz besondere Sachen, da sind wir jetzt ja ganz gespannt, wir haben schon vieles gehört, dann kannst du uns das mal zeigen. Also wir haben ja eine Dunsthaube von Bärbel, die macht nicht nur nichts, fährt nicht nur runter, sie macht auch noch ganz tolle Musik. Wow, das ist natürlich cool. Sieht ja auch super schick aus, also so eine Dunsthaube habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. So, ich kann noch mal ein bisschen Musik abspielen. Ja, coole Boxen auf jeden Fall drin. Ja, das ist eine Anlage von T&A ist da drin, also das ist schon sehr hochwertig, was da von der Politik da drin ist. Wir haben auch eine sehr hohe Abscheidung von Fett und von den Gerüchen, fast 100 Prozent, also da ist es schon wirklich glatt dran. Ja und vom Sound finde ich mir, ist ja echt ins Wohnzimmer sogar hängend, das gute Stück. Ja, wir gehen jetzt noch ein bisschen zurück. Wir hatten einen echt schönen Tag hier bei Möbel Islas und sind jetzt auch wirklich kaputt, weil man kann hier so viel erleben. Also wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Am besten ihr kommt wirklich vorbei in Arpen und erlebt es selbst mit dem Restaurant, mit den ganzen Einrichtungsgegenständen, die super coole Deko-Abteilung. Extrem viel Utensilien auch für Küche und Co. Echt schönes Geschirr und natürlich die coole Dunstabzugshaube, die ihr gerade gesehen habt. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt erstmal ausrundend diese ganzen Eindrücke verarbeiten und ja, dann geht's morgen weiter. Ich glaube wir übernachten hier gleich. Bis zum nächsten Mal.